Es ist schon wieder Mario Tennis, heute mit dem berühmt-berüchtigten Schraubenschlüssel-Modus. Hast du Bock? Äh, ich bevorzuge den Schrauben-Modus, aber ist auch okay. Okay, wir spielen den einfach mal. Äh, willst du Status oder Save Data? Nee, ich würde gerne alles löschen jetzt. Ja, okay, dann, dann, äh, dann müssen wir in Music. Die Musik muss bitte... Warum ist das Glühbirnen? Das ist Musik, warum ist das kein Lautsprecher? Dieser andere Ton. Ach, ich mag das Spiel, das ist mir sympathisch. Ja, so, ich werde jetzt mal mit einem Techniker spielen, nämlich Walu. Ich werde... Was kann denn eigentlich Mario? Allrounder, komm, Mario. Da stand gerade nichts mehr, ich dachte, er kann nichts. Äh, Compete to collect the most cleared rings. Wird das spannend? Wir werden es herausfinden. Oh Gott, das sieht alles groß aus. Ja, tatsächlich. Wollen wir erst mal 50 gucken, ob das überhaupt Spaß macht. So, und diesmal habe ich Lust auf ein Pflanzen-Pokémon. Ah, guck mal. Wieso bin ich jetzt hinten? Hm, das ist also der Missionsmodus, von dem alle Leute geredet haben. Nein, als ob ich keinen Ring bekommen hätte. Nee, dieses andere Netto. Oh, ich hab ja, ich hab ja generell noch null Ringe. Hör, ich hab doch durch einen gespielt? Oder bin ich gerade betrunken? Ich glaub, verliert man die eventuell, wenn man verliert sie? Ja, das kann gut sein. Oh, weil vier Ringen. Was heißt denn jetzt vier Ringen? Ach, wir spielen einen Gemeinnahmen, oder? Kann das sein? Wir haben schon... Oh. Lol. Das waren vier auf einmal. Also man, ich glaub, man sammelt die und der Gewinner kriegt alle. Weil unten links ist so ein globaler Zähler und wer gewinnt, kriegt die dann. Nein. Kannst du dich doch an die Zeit erinnern, wo man sich bei so Let's Play-Videos vorbereitet hat? Ja, das ist ja kein Let's Play-Video, da steht ja nicht Let's Play im Titel. Ah. Ne, wir wissen doch, wie das läuft. Ich dachte, du willst mal durch die Ringe spielen. Okay. Nö, das ist ja absolute Meta hier. Einfach... Okay, einfach nicht spielen ist die Meta. Usch. Usch. Aha. Nein! Warte mal, acht Ringen. Und jetzt hab ich acht bekommen. Ja. Ach so. Ah, okay, okay, ja gut, okay. That's the Spirit. Ich weiß nur nicht, wie man so richtig geil sein kann. Ja, dafür müsste man, glaub ich, alle Schläge kennen. Ja, kennen wir ja nicht. Ja, der sollte deutlich flacher werden. Ja. Der Fall. Gibt halt bestimmt noch irgendwelche Button-Kombinationen. Oh. Ich glaube, wenn man A und B macht, dann lupft er den so hoch. Und wenn man... Oh, A... Null. War das? Deiner. Ich probier mal A und B. Ne, aber B macht das. Ich weiß nicht, was das ist, aber das macht doch immer das. Nein! Die Waluigi immer auf den Boden tritt, Alter. Die Olle Pottsau. Loll. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass er den noch... Der verhungert, glaub ich, dabei. Ja. Der verhungert. Ich weiß, es ist korrekt, aber... Oh. Loll. Ich muss mich eigentlich mal drauf konzentrieren, jetzt einfach nur nicht mehr zu verlieren. Ja, das wäre ein Anfang. Nein! Du hast mich gebohnert. Vor allem guck dir mal den blauen Mario an, das finde ich gerade auch lustig. Der da auf dem Stuhl sitzt. Du wirst mich hier nicht ablenken mit irgendwelchen Banalitäten. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Wow! Oh Gott. Kennen, der Mario ist betrunken. Ja. Das färbt doch ab. So. Wenn irgendjemand da draußen... Nein! No, damit hast du gewonnen. Ach, es geht bis 50? Ah ja, stimmt, klar. Das haben wir ja ausgelegt. Ja, ja, ja. Ja, dann machen wir mal bis 100, wahr? Aber ich glaube, was macht denn da Sinn? Vielleicht auch tatsächlich ein Techniker. Boo is tricky. Ich nehme die Sternmünze. Ja, was ist denn hier? All around power tricky? Der Baby Mario ist komplett kurz. Was? Ja, dann nehme ich den mal. Man muss ja Spaß haben. Aber wir können auch gleich noch Double gegen die CPU spielen. Double? Oh, die wird uns zusammen möbeln, glaube ich. Ja, die wird uns komplett töten. Äh. Ja, wir waren noch nicht bei Dream. So. Ich bin schon wieder da hinten. Ist auch Biest. Nein. Doch. Oh. Wieso hat das keinen Ring erwischt? Oh, du. Haha. Gemeinheit. Ja, das ist die Facebook hier. Lol. Okay, ich dachte da wäre ich dran. Da wird jetzt ein Sweep, ne? Also ich denke mal, da sind wir uns einig. Okay. Wird easy. Hä, was? Hast du mir ins Gesicht geschossen? Was ist hier los? Nein, ich glaube, du bist gegen das Net gestoßen. Hä, warum? Nee, hä? Hat die keinen Bock? Die ist demoralisiert. Alter, Bietz. Ey, Baby Mario, du hast dich gerade über sein Aussehen lustig gemacht, ne? Ja. Jetzt ist es vorbei. Lol. Ich schwöre, wir haben das nicht abgesprochen. Ah, nein. Ich war... Äh, nee, wir haben... Nee, haben wir nicht. Ich habe komplett vergessen, dass ich ja jetzt der Hintenmann bin. Der Hintenmann. Ja. Oh Gott. Mein Lieblingsmann. Nein, ich... Boah. Ich wäre fast gar nicht dran gekommen. Boah, der hat aber nichts. Nein. Boah, das ist so knifflig da hinten. Danke fürs Sammeln der Ringe. Die habe ich dann bekommen, obwohl ich keine gesammelt habe. Kein Problem. Okay. Wohin? Nein, ich... Ah, ich denke mal, der Wall fliegt weiter zu mir. Oh. Ev. Absolutes Ev. Uscha. Na, ich... Ich kann das nicht einschätzen, ne? Ja, es ist auch tatsächlich echt schwer. Man drückt dann schnell zu früh. Ja. Huch, da war Herzchen plötzlich. Oh Gott. Oh, das war böse. Das... Als ob das noch geklappt hat. Ja, ich bin wieder vorne. Oh no. Oh, das ist so viel besser. So viel besser. Und ich bin trotzdem... Komm, das... Das geht noch. Da geht noch was. Was? Das war 2 für... 39, ey. Oh. Ah, verdammt. Ich wollte weiter nach rechts laufen. Echt, ach, zu wenig, glaube ich, auf die Ringe. Na, du hast noch ungefähr, glaube ich, knapp 10 Vorsprung. Ja, aber ich meine jetzt darauf, die im Spiel einzusammeln. Hä? Ah, der ist wieder verhungert. Ja. Der ist absolut verhungert. Der ist thirsty. Ne. Darf der... Der darf nur einmal aufkommen, ne? Ich glaube... Ich glaube zweimal, oder? Ich bin mir grad nicht mal sicher. Ich weiß es nicht. Das war ein Lag. Oh nein! Ich glaube, der muss... Beim Aufschlag muss er einmal aufkommen. Mhm. Bevor du ihn annehmen darfst. Ja. Wenn der aber zweimal aufkommt, kriegst du ihn gar nicht mehr hoch genug, gefühlt. Ja. Zack, zack. Okay, ich glaube, das ist jetzt für uns beide Matchpoint, weil wir haben so viele Ringe eingesammelt. Aber wir müssen bis 100. Ach ja, es geht ja gar nicht bis... Nein! Nein! Oh nein, wie andere geht's? Oh nein. Ich hab den so aufgelandet, der spielt gegen dieses Müllnetz, Alter. Wie von der Telekom, Alter. Was ist das denn? Zack. Aber der Modus ist tatsächlich gar nicht so schlecht, um ein bisschen die Ballkontrolle zu üben. Ich hab zu sehr damit gerechnet, dass du den nicht mehr bekämpfst. Das ist korrekt, aber. Du Hater. Okay. Und du schätzt hier nicht Peach. Okay. Oh, die 15 würden schmecken. Nein! Ja, die 18 schmecken aber viel besser. Oh mein Gott. What? Ey, aber der Modus macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, vor allem, dass man das dann auch so drehen kann halt. Ja, so du hast ein langes Match, gewinnt es für dich, bist du auf einmal irgendwie wieder 18 hinten. Oder 12 hinten in dem Fall. Ach nein. Ja, ich bin wieder hier vorne. Können wir jetzt bitte einfach alle 30 Ringe auf einmal für mich sammeln, danke. Hätte ich Bock drauf. Das fände ich sehr nice. Hör mal auf. Oh Gott. Ich hatte wieder Angst, dass er zu weit weg stände. Ey, es ist literally Gleichstand. Nein, es ist nicht. Aber es ist noch rund Gleichstand. Oh mein Gott. Ah. Oh Gott. Oh, was war das? Nein. Oh. Das war so unsatisfying aus. Das ist insane. Nein. Noll. Noll. Das war so knapp voraus. Boah, das wird wieder so. So ein Krampf hier. Ja. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Das hat sich für den einen Ring richtig gelohnt. Nein. Jawohl. Ich will nicht hier hinten stehen. Das ist so ein Abfall, Alter. Oh, du asoziales Element. Du asoziales Element. Oh, nice. Nein. Oh Gott. Wie habe ich denn den jetzt so hart gehauen? Oh mein Gott. Du brauchst nur noch sechs. Ich brauche noch zwölf. Aber ich stehe hier hinten. Ich bin also im objektiven Nachteil. Du brauchst jetzt auch nur noch sechs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Nein, er hat wieder. Oh, ich habe wieder zu viel gedrückt. No. Close, Alter. No. Okay, aber jetzt habe ich Bock, das gegen die so im Double zu machen. Weil ich glaube, da halten die Runden halt deutlich länger nochmal. Ist jemand mit Speed gut? Vielleicht. Na, komm. Ich wähle mal, also ich werde auf jeden Fall nicht Power wählen. Diese Charaktermodelle sind ein bisschen rough. Oh, wir können... Ah, lol. Battle Royale, genau. Wollen wir das probieren? Ja, let's go. Was soll's? Battle Royale, hä? Okay, ich gehe mal auf 200, weil die anderen Matches haben wir jetzt entsprechend. Ah, ja, lass uns vorne spielen, dann haben wir es einfacher. Ja. Definitiv. So, wer hat denn das hässlichste Charaktermodell fürs Pham? Alter, seine Laufanimation. Dieser andere Mario-Film. Das ist mein Nachbar, Alter. Warte mal, warum kann ich denn beide CPUs? Weiß ich auch nicht. Ich kann gerade zumindest nichts tun. Das hat mich jetzt irritiert. Okay, wir machen... Random... Ah, schön, Gras. Ich mag Gras. Ja, was ist das? Da, was ist das? Okay. Aber es ist trotzdem jetzt alle gegen alle, weil... Ich hab keine Ahnung. Ja, ist es. Ah, der Letzte, der den Schlag bekommt, ist quasi... Also gibt es jetzt auch noch Incentive, dass wir uns die gegenseitig klauen. Nice. Das ist wieder Mario Maker. Mann! Mannio Maker! So. Oh Gott. Jetzt kriegst du die... Ah ja, okay, ja, okay, alles klar. Jetzt verstanden. Immer... Es ist wirklich witzig, dass wir auf derselben Seite spielen, aber nicht auf derselben Seite spielen. If you know what I mean. Lass mir gerne jeden. Habe ich kein Problem mit. Kriege ich im Zweifelsfall immer die Punkte. Ich... Was? Ich wollte es abstauben. 15. Du Hacker, Mann, Alter. What the hell? No. Lol. Nein, nein, nein. Bowser. Danke. You fool. You fool. I've been trained in your Tennis arts by Roger Federer. Ah! Komm! Nein! Ja! Nein! 13! Geil. Das ist schlecht. Oh nein, jetzt sind wir ja wirklich da hinten. Ja, geh, geh, easy. Das ist ja... Das ist mal wieder Game Design, ey. Hä? Hallo, wer schlecht macht? Ich? Ich glaube, überall rum. Meins. Nein, ich habe mich nicht begraubt, wenn es ein Luigi geht. Oh, nee. Bauer sie hat den. Oh, verdammt. Oh, das ist ja wirklich mal... Oh, das ist ja wirklich mal wie Mario Maker. Ist ja richtig nice. Ich bin ein großer Fan dieses Gameplay-Loops. Ob... War es jetzt meins? Ja. Ja, das war... Ja. Ich konnte gerade Birdos Animation irgendwie nicht als Jubel deuten. Wieso durftest du den annehmen? Hä? 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 Wieso durftest du den... Das hat mich jetzt auch gewundert. Gibt es in dem Modus hier keine Regeln oder was? Nein, scheinbar nicht. Schlag. Für Tennis. Ja. Nein. Nein. Pause. Ja, aber als ob ich das einfach wirklich klauen kann. Wie dumm. Das ist ja richtig... Nice. Stille, blöd. Oh mein Gott. Richtig stumm. Was macht der Luigi? Lol. Stabil? Easy. Hör mal auf. Schade. Aber das macht Spaß. Nein. Ach ne Mensch. Geil, zwei Ringe. Och, Brudi. Ja, 200 war vielleicht ein bisschen viel. Für Battle Royale. Kann ja keiner wissen. Lol. Wessen war das? Deiner? Ah. Ey, campen wird belohnt. Das ist voll nice. Oh, lol. Was? Warum kann ich denn hier so Moves machen, Alter? Wie hast du das getan? Ich drück einfach nur B. Mehr nicht. Hä? Warum? Was zum? Lol. Ja, Luigi zelebriert seinen einen Ring. GG. Alter, ist das du? Nein, der kriegt die dann. Okay. Oder? Aha. Ja, hab ich jetzt auch so verstanden. Aber warum durfte ich das denn eben einmal machen? War das ein Glitch, Alter? Der Wir spielen Tennis heute nicht vernünftig Glitch? Nein! Roll. Der holt mich an. So nämlich. Lol. Alter, Luigi hat irgendwie zwei Punkte gefühlt. Der ist ultra stark. Ja. Dumm. Beide sind hier komplett... Heilige. Wir campen aber auch sehr geil dieses Schild da ab. Nein! Ich bin zu schwitzig gerade. Das bringt einfach nichts. Ne. Ich glaube, ich sollte einfach meinen... Was ist denn gerade los, ey? Nice. Lol. Mann! Oh mein Gott. Ich hab ihn noch gehabt. Ja, gönn dir zwei. Ich war der festen Überzeugung, dass ich verlieren würde. Mit der Macht der Freundschaft. Wissen war das? Du hast aber keine Freunde. Nein! Bowsers. Der Bowser ist stark. Das könnte an Bowser liegen. Wer? Nein. Du. Das ist deiner. Das ist meiner. Meiner! Das ist meiner! Alter, er campt da vorne. Nein, ich bin nicht rankommen. Uh! Was zum... Ich drehe mich hinten nur im Kreis. Nein! Nein! Der war so knapp drin. Der war so knapp. Nein! Oh mein Gott, Alter. So eine Cringe-Geschichte, ey. Ja! Ich bin durch. Spaß. Nice. Immerhin ein bisschen. Ja, du bist zweiter. Hup! Oh! Ich bin viel zu weit vorne. Ich versuche, alles abzustorben. Wollte gerade sagen, von dem einen Ring lohnt sich das ja jetzt nicht. Hallo, können wir mal Ringe sammeln? Was ist denn das? Kann ich mal einen Ball bekommen? Mann, ich denke, du berührst den! Denke ich auch. Ich glaube nicht. Nicht? Nicht. Nicht. Huh? Das hat sich vollgelohnt für die zwei Ringe. I don't want this. Lol. Was war das denn für ein Bowser? Was war das für ein Bowser? Meine Lieblings Bowser. Boon? Ah, ich wollte den Clown. Nein! Fünf! Der hat einfach fünf für die Runde bekommen. Ich dachte, was war das? Ich bin... Ich bin das aber zu lustig. Der Sound so rumschi... ...schwirbelt, Alter. Okay, also die Theorie, dass die Runden länger dauern würden, wenn wir Doubles haben, weil zwei Leute auf dem Feld sind, um den Ball anzunehmen, hat sich nicht bestätigt. Wir sind einfach nur alle kollektiv doppelt so sch... Uah! Nein! Buzz out? Ja! Jeder Punkt, der Luigi kriegt, ist ein guter Punkt, weil der kann eh nicht gewinnen. Mama mia! Ey, pass auf, am Ende, der gewinnt noch. Ja, sag das nicht zu laut hier. Ne, Bowser carried dafür zu sehr. Warum carried Bowser so hart? Die sind beide auf normal. Das ist halt wirklich so... So ein typisch altes Spiel, wo einfach die CWUs komplett wild sind. Ja. Weiter! Nein! Das war deiner, oder? Ja. No. 60. 60. 60. Wir machen das hier. Mach doch mal, dann kann ich gleich abstauben. Ne. Wer? Nein, der hat mich nicht geschossen. So geil. Aber jetzt hat Bowser doch Punkte bekommen. Ist mir doch egal, ob es auch du nicht. Okay. Nein! Auts! Mann, äh, die Out-Straße. Mann! Du, die Out-Straße. Warum geht der denn bei dir nicht Out? Das ist voll Out. Du bist doch doof. Ja, Hauptsache du kriegst keine Punkte. Ja, aber Bowser ist doch schon auf Platz 1. Ja, und? Ich spiele jetzt für Bowser. Du bist Mario. Ich spiele jetzt für Bowser. Apparently stimmt das. Ja. Ich habe die Seiten gewechselt. Okay. Alter, was ist denn gerade los? Das war jetzt keine Absicht. Ich verspreche es. Warte mal. Sind wir beide irgendwie kompletter Trash? Ich glaube, als Singles haben wir besser funktioniert. Was ist denn los? Als Singles haben wir besser funktioniert. Das ist doch so ein Trennungsspruch. Das war der Witz dahinter. Mann, du Abstaubsau. Abstaubsauger. Oh, wie sie hüpft es. Nein. Ich will da auch beide gierig vorne am Netz stehen. Ja, wie die Gegner spielen anders. Hä? Gegner spielen vor allen Dingen besser. Was um alles? Was um alles? Was um... Nein! Ach, ihr geklickt. Okay, Greenlight führt seine Klinge. Angetäuscht. Na, Alter. Wirklich, Bowser. Seven Rings. Ich will Bowser helfen und er ist einfach sass. Okay. Okay, ich bin offline. Wieso gankt du ich immer so schnell? Ich glaube, der rennt immer, wenn er Punkte kriegt. Da wird er zum Flummi. Ja. Ich kann es da hinterher legen. Ja. Ich war im Stern? Hallo? Ja, scheinbar nicht. Hallo? Also was, wir machen das jetzt einfach so. Ich nehme einfach immer die Bälle, die sonst keiner will. Stehe hier hinten. Und profiziere nur von den Fehlern der anderen. Das wird gut. Das ist ja ein Schalschmarotzer. Ja. Wie sich das gehört, ne? Aber du lässt mir auch gute Chancen. Also das muss man ja dazu sagen. Ja, nimm dir ruhig. Gönn dir. Ich meine, du kriegst die da vorne ja sowieso, ne? Dann reizen wir jetzt schon lecker, ne? Nein! Nein! Und nein, Bowser! Und er hat 104. Ja, ich spiele jetzt ins Geheimnis für den. Warum freust du? Das macht so keinen Sinn. Was macht keinen Sinn? Dass du die Seiten wechselst. Ja, aber dann kann ich gewinnen. Ne, weil Bowser ist doch viel weiter vorne als du. Ja, aber wenn ich sage, ich spiele für Bowser und er am Ende gewinnt, ist das mein Achievement. Achso, du bist so ein Gewinner-Fan, ne? Genau, ich bin Bayern-Fan. Wie wir alle wissen, ist Bowser ja auch bayerisch. Deswegen ja auch B. Bowser München. Bowser München. Mein Lieblings-Sportverein. Mann! Man! Die Leute sind ja diese Out-Bälle, ne? Ich bin eine weiße Linie. Über mich darf man nicht drüber. Ich entscheide Tennis. Ja, du hast die Regel gut erklärt, ne? Und das denkt die sich auch. Die denkt sich so, ja man, ich entscheide Tennis. Oh, jawoll, mal wieder vier Ich war, ich bin vor allem voll abgestützt Luigi holt mich gleich ein Ich hab gar nicht mehr geachtet Auf die Sache Was für ein Trauerspiel Ja Oh mein Gott Nein, schon wieder out, was mach ich denn immer Du hilfst, Bowser, ist doch voll nice Ich sollte nicht so doll schlagen Nein Oh lol Nein Der zerrumpft uns Ja, dieses andere KI-Match Nein Oh, der war wieder fast out Komm, geh doch out Geh doch unter die Haut Nein Nein, nein, nein Ja, nein Nein, ja Nein Nein, nein, nein Oh mein Gott, 20 21 Nein Nein, 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 nein Ja, 26 Als ob man einfach nur da vorne campen muss Was für campen? Ich muss mich die ganze Zeit bewegen Ich muss mich die ganze Zeit bewegen Das ist voll anstrengend Ich drücke ein Control Stick So Ja, und ein Knopf Das ist mehr Sport als du machst in deinem Leben Ich mach den gleichen Sport Was schlechter Ja, ich bin genauso gut wie Usain Bolt Ich lauf auch auf ner Tartan-Bahn entlang Ja, nee That's not how Sport works Alter, so out Out That's how out works Man, ich will nicht hier hinten stehen Ja Ich mag die Luigi-Animation Das ist jetzt mein einziger Trost in diesem Spiel Das ist doch nicht normal Ey, wenn du neidisch bist, dass ich mit Bowser spiele, spiel du doch mit Louis Nein Nö, ich will gar gewinnen Achso, okay Nein Oh nein, ich bin schlecht Sehr schlecht Nicht schlecht, Herr Sp... Doch schlecht, John Ich bin schon ziemlich schlecht, also Mach mal Ja Ich mach doch gerne Nein Okay, du machst nichts Ed hat Louis mich eingeholt Truly one of the moments War das wenigstens meiner? Ne, das war meiner Ha Zack Alter, was ist das? Ich hol immer diese Dreier jetzt Ey In dem Tempo In dem Tempo Was machst du denn da? Alter, hast du mich confused Ich prank dich So, hä? Uhhh Lass Wie wir alle wissen, spiel ich ja jetzt für Bowser Was, was? Ich weiß es nicht, das macht aber Spaß Woh Ist der denn besoffen? Der ist offiziell drunk Komm, Louis Mann Ja, der war noch drin Mann Ich kann dir keinen abstauben Ich bin noch einen Punkt hinter Bowser Let's go Oh Gott, let's go Birdo Nein, doch, let's go Mark Alter, ich kann das da vorne einfach nicht Hä, was denn? Du willst nicht hinten stehen, du willst nicht vorne stehen Was ist denn mit dir? Ja, hinten kriege ich aber wenigstens die Bälle Hör doch bitte auf, bei Bowser so einen Punkt zu stehen, Mann Mann Oh mein Gott Ich kann das nicht Ich kotze Ich kann nicht mehr Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr Alter Luigi Oh Mann Ich weiß aber auch Ich weiß genau, was hier passiert Du wirst einfach hardcore schlecht Oder du trollst Ich weiß es nicht Es ist doch beides Mach mal den, bitte, danke Mann Alter, ich krieg hier Ich gebäre gerade Drillinge Okay Hä? Was willst du mich eigentlich? Null Null Guck mal Ja, toll Und jetzt? Wie minderbemittelt ist das denn? Wieso war das deiner? Ich war doch dran Wieso sind nur 56 Punkte? Das war ein Grafikfehler Du bist ja kompletter Trash Mann Out Ich war einen Punkt hinter Bowser, Mann Hör doch auf Ich hasse dich so sehr Ich will diesen Modus nie wieder mit dir Okay Kann das nicht Das ist der sadistische Spaß, den ich dabei empfinde Wirklich Wir hätten einfach nicht 200 einstellen sollen Das hat mich gebrochen Oh Mann Ich vermiet Helm aus Ja, ich bin noch vor Luigi Hör doch auf Bitte, bitte Digga ist so zu lange Ich will doch nur wissen Nein Ja, hättest du mal assistet Ich kann nicht, du musst den annehmen Du hast hättest nicht geklappt Immer noch nicht Jesus Alter Ich weiß aber auch nicht, warum ich manchmal gegen das Netz spiele Also ich hab dann einfach Alter, du schlecht böse Alles andere rückt, die ich habe Beim Netz spiel weiß ich nicht, was ich anders hätte drücken sollen Oh mein Alter Mein Zwerchfell macht das nicht mit Ach ja Ich mal Digi Perspektivi Perspektivi Ich esse ne Kiwi, Alter Jawoll Mein Lieblingsfernsehen Perspektivi Nach 70 Jahren wieder CGF Perspektive Ja Ja Wenigstens 3 Alter, ich hasse dich In dem Fall hättest du ihn aber nicht bekommen Natürlich hätte ich ihn bekommen Du darfst mich halt aber irritieren Ja, du kriegst ja nichts Hier, da Kann der bitte, der Zeiger bitte weggehen, ich seh nichts Ey, voll der, voll der Trick Hört auf Oh mein Gott Einfach mal den Ball kratzen Nein, 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 nein Toll, bau's er wieder Der Mann hat noch Der hat nur noch 16 Ja Nein Ich lasse du 1004 Ja, das ist doch fein Na, ich hab ihn nicht gespielt Bist du zufrieden? Ja, dass du den gespielt hast Dafür war ich jetzt zufrieden Uhhh Nein, war der out? Ne, der war drinnen, jawoll Okay, komm, hier geht noch was Ich spür's Hä? Diese Message hat mich ultra irritiert und Nein Meinst du die Verbindungsleiste? Ja Das wär irgendwie ne Ingame irgendwas Nein, das ist einfach nur Internet Mann! Wir sind wie ein Trash-Haufen Ja Aber die Verbindungsprobleme machen's nur lustiger Ja, das stimmt Nein Oh mein Gott, der Mann hat Okay, 8 8 noch Was war das denn? Nein! Ah, sehr gut Hier sind's nur 3 Ich denke, wir wissen alle, wer das hier gewinnt Nämlich nicht ich! Luigi hat 100 Punkte weniger als Browser Fast Und ich hab gefühlt 100 Punkte weniger als Luigi Oh mein Gott Komm, das war meiner, oder? Ja Wenigstens auf 100 würde ich gerne noch Schaffst du glaube ich nicht? Ne, so nicht Warum hilfst du dir? Der hat doch gleich gewonnen Ja, will ich ja Du bist wirklich der frustrierendste Mitspieler, den man haben kann im Leben Ich hab mich entschieden, auf welcher Seite ich stehe You have chosen war Ja, so you have chosen Bowser Alter, habt ihr da gerade eure Singleplayer-Erfahrung? Was ist denn das? Ja, ohne dich Sag dir Ja, war das meiner? Ja! Er hat mir das Gesicht gehauen Boom Oh man Also ich weiß schon mal, dass wir nie Tennis im Real Life spielen werden Ne, ist doch viel zu anstrengend Nicht deswegen Boah Hahaha Wieso war das da? Okay Ich Nein! Oh mein Ja! Nein, 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 nein Okay, aber du bist noch Alter, der hat noch 6 Punkte, ich würde gerne noch auf 100 Bitte Ja, wenn du ihn nicht die ganze Zeit unterstützen würdest, hättest du auch eine größere Chance Tatsächlich Ich unterstütze ihn ja nicht mehr Ach so Okay Ja! Alles gut Weil jetzt sehe ich ja meinen eigenen Vorteil in diesem Spiel Ah, klassischer YouTuber Ja Ohne selber einen Vorteil zu haben, stehe ich noch morgens nicht auf Geh aus dem Weg! Nein! Ja! Das hast du genau 100, ne? Ja Und ich hab Luigi eingeholt Wär auch echt peinlich Nein! Alter, out! Alter, 199 Ich will beenden das mal Ich will beenden das mal Wir beenden das mal, wenn das dumme Video jetzt, Alter Dicke Und auch mal wieder Na das noch mal wieder Hau da rein! Schaut nicht bei Erik vorbei Ich verdritte ihn nicht Nee! Nee bitte nicht! Und wir. Sehen uns Hau da rein! Tschüss! Tschüß! Curtain comunicerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerek statues 남 founded